Es schneit dermaßen draußen, aber ich glaube, es ist eher so ein Schneeregen und es bleibt nicht liegen, was schade ist, weil man hat alles Eklige, was man beim Schnee hat, so dieses, dass es einem hinten in den Jackenkragen reinfällt und so, ohne dass man das Schöne vom Schnee hat und das ist echt mies. Ich habe noch kein Intro für die Vlogs, weil mir mein normales Intro blöd vorkommt, wenn ich vor einer Kamera sitze und mein Bruder, mein Bruder hatte die Idee, ich könnte einfach das wunderbare Intro vom Bär im großen blauen Haus klauen und einfach hier sitzen und dann mache ich so. Oh, das seid ihr! Aber ich weiß nicht, ob das... Nee. Eher nicht wahrscheinlich. Ich hatte so eine merkwürdige Woche. Ich hatte keine... Also es war nicht die beste Woche, die ich bis jetzt hatte, muss ich sagen, diese Woche. Es war irgendwie recht stressig und irgendwie viel ist es irgendwie schiefgegangen und nicht so wirklich, wie ich das wollte. Vor allem, ich bin am Mittwoch fast von einem Riesen umgelaufen worden und zwar, ich war beim Sport und das ist so ein Sportkurs, wo man am Anfang macht man so Lauftraining und die Leute laufen alle im Kreis und dabei gibt es irgendwie Aufgaben und der spätere Teil davon ist dann so die eigentliche Folter, wo man irgendwie dann Sit-Ups machen muss und so Krams und... Ich muss ja sagen, ich bin leider niemand, dem sowas Spaß macht. Ich mache das eher wirklich so, weil es mir danach besser geht und weil ich einfach viel sitze und ich das einfach vom Rücken her merke. Ich merke das auch immer, wenn ich mich selbst vor der Kamera sehe, dass ich immer so krumm sitze und so. Jedenfalls dafür ist es gut. Und letztes Mal, als ich da war, war ganz viel und ihr lauft vorwärts und ihr lauft rückwärts und ihr lauft vorwärts und ihr lauft rückwärts. Und ich sah die Katastrophe schon kommen. Und wir waren relativ viele und ein ganzes Stück weit vor mir waren Leute, die in der Reihe gelaufen sind, die deutlich langsamer waren als der Rest der Leute. Das heißt, es staute sich so ein bisschen auf und die Leute liefen sehr dicht aufeinander und die Trainerin rief, und jetzt rückwärts. Und ich sah nur vor mir, wie wirklich so eine Wand von Mensch auf mich zukam rückwärts. Die hat zwar über die Schulter geschaut, um zu schauen, wo er hinläuft, aber weil ich relativ klein bin und der sehr groß war, war ich so im toten Winkel drin und der hat mich nicht gesehen. Und ja, wenn große Leute laufen, die lange Beine haben, sind sie deutlich schneller als kleine Leute, die kurze Beine haben. Zumindest bei mir, weil ich ohnehin nicht so schnell bin. Und ich sah wirklich nur so, der Himmel verdunkelt sich, irgendwie der kommt so auf mich zu und ich war einfach nur so, uah, und habe irgendwie aus, weil ich irgendwie verhindern wollte, dass der gegen mich läuft, so einen total hohen, quietschigen, peinlichen Ton von mir gegeben. Und so, ich habe das Gefühl, die ganze Halle schaut mich an und so, was ist mit ihr verkehrt. Ich wurde nicht umgelaufen, also er hat dadurch noch gemerkt, irgendwie so, oh, da ist was. Und ich darf es nicht umrennen, aber das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wobei dieser Kurs, also so die beinahe Nahtoderfahrung habe ich da anscheinend öfters. Wobei es normalerweise nicht so ist, dass ich fast zerquetscht werde, sondern eher, diese Trainerin ist selbst so fit und hat überhaupt kein Verständnis dafür, wenn andere Leute überhaupt gar nicht fit sind wie ich. Und, ähm, ja, am Anfang, wie gesagt, kommt dieses Lauftraining und danach kommt ein Teil, der mir viel, viel schwieriger fällt, ist wirklich so, ähm, Muskeltraining. Also so wirklich Sit-Ups und all der Krams, ne. Und weil ich das nicht wirklich gut kann, ist es häufig schon relativ am Anfang, dass ich wirklich merke, so, oh, das ist richtig, richtig anstrengend. Und halt gegen Ende ist es bei mir wirklich so, der Boden wirft Wellen und irgendwie, ich sehe komische Farben und wirklich sehr, sehr anstrengend. Und jetzt schon ein paar Mal, man ist wirklich so komplett an seinem Limit. Wie gesagt, das Leben zieht in Bildern an einem vorbei. Es ist wirklich, man hat das Gefühl, alle Muskeln schreien auf vor Protest. Und dann sagt sie doch zu mir, nicht einschlafen. Und man denkt sich irgendwie so, ich schlafe nicht, ich krepiere. So, das ist der Unterschied davon. Und ja, außerdem letzte Woche, ich habe, ähm, ich musste Bewerbungen schreiben. Und ich nehme an, die meisten Menschen machen das nicht gerne. Ich mache das auch nicht gerne, aber ich war schon überrascht davon, wie anstrengend das für mich war. Und auch wie, wie leicht ich mich da habe auch verunsichern lassen. Weil ich musste so in der Art und Weise noch nie richtig ernsthaft Bewerbungen schreiben. Einfach weil, ähm, für die Uni, ähm, lief das vom System her einfach ein bisschen anders. Also ich musste mich schon bewerben, aber ich musste in dem Sinn kein, ähm, klassisches Bewerbungsschreiben dahin schicken. Und, ähm, auch in der Schule musste ich das nie so wirklich machen. Also, ja, also ich musste ein Praktikum machen in der Schule. Aber als ich da hingegangen bin und gefragt habe, ob ich mich bei ihnen bewerben darf, haben sie mich schon angenommen, sozusagen, ohne dass ich die Bewerbung schreiben musste. Also war das für mich so ein bisschen, äh, ja, das erste Mal, dass ich richtig ernsthaft Bewerbungen schreiben musste, für was, was auch zählt. Also es ist halt ein Praktikums-, für ein Praktikumsplatz, für ein Pflichtpraktikum, was ich machen muss im Studium. Und das hat mich so viel mehr gestresst, als ich gedacht hätte. Aber es ist vorbei. Ich habe es geschafft. Sie sind in der Post. Und, ja, was ich euch auch noch zeigen wollte, ich bin kein Beauty-YouTuber und ich werde es auch nicht werden. Aber hier, das war so eigenartig, das wollte ich euch zeigen. Ich war, ähm, beim DM-Markt und habe hier diese, ähm, Palette gesehen. Und normalerweise kann man ja auch beim DM, da gibt es so einen Tester, man kann sich so anschauen, was das ist und kann es irgendwie so ein bisschen, ne, mal anfassen und mal schauen, wie das aussieht. Und ich habe diese Lidschattenpalette gesehen und ich dachte, oh, das ist echt schön. Das sind schöne Farben, die mir gefallen. Die Qualität ist wirklich ausgesprochen gut, gerade für eben, ähm, Make-up aus einem Drogeriemarkt und jetzt nicht irgendwie von, keine Ahnung, Douglas oder so. Und ich mache das zu Hause auf. Und ich zeige euch das mal, das war so eigenartig. Und sehe als erstes das hier, was ganz klar Lippenstifte sind, die in so einem Dings drin sind, die man halt dann mit einer, ähm, mit einem Pinsel aufträgt. Und ich gucke mir die Farben so an und es sind eigentlich alles Farben, die ich so nicht tragen kann. Und ich war erst mal so, äh, wie ist das passiert? Also so habe ich mich da vergriffen, aber da war doch der Tester davor und das ist sehr viel Geld für irgendwas, was man überhaupt nicht haben will. Bis ich gemerkt habe, ja, so rum, das waren die Lippenstifte und dann dreht man das um, so. Und dann macht man das auf der anderen Seite auf. Und dann sieht man das, was ich auch am DM-Markt gesehen habe. Und ich fand es so eigenartig, dass man das so auf beiden Seiten aufmachen kann. Und ich habe so lange gebraucht, bis ich kapiert habe, dass hier auf der anderen Seite noch die Lidschatten sind. Weil ich die ganze Zeit nur auf der anderen Seite hier das hier gesehen habe und natürlich auch nicht daran gedacht habe, dass man es auf der anderen Seite aufmachen kann. Und mich hatte der Preis eigentlich gar nicht so gewundert, weil die Qualität ziemlich gut zu sein schien. Also, wenn ihr wissen wollt, was das ist, ich versuche es mal ein bisschen in den Fokus zu bringen. Das ist anscheinend auch eine YouTuberin. Ich habe bei dem Kanal mal vorbeigeguckt, ich fand sie von ihrer Art her ehrlich gesagt ziemlich nervig. Also, ich werde nicht abonnieren. Aber ja, aber das war schon vor allem halt wirklich die Farben. Weil ich habe relativ helle Haut und dadurch ist es häufig, dass Farben, die an anderen Leuten noch sehr vorteilhaft aussehen und auch irgendwie noch zurückhaltend aussehen, bei mir sehr sichtbar sind und irgendwie auch so aussehen, als wenn sie vor meinem Gesicht sitzen. Und hier die Sachen teilweise. Schaut euch das Pink mal an. Also, das ist jetzt hier die Farbe an mir. Da kann ich ein Praktikum als Bremslicht machen. Also, ich war schon so sehr so, was hast du da gekauft? Aber ich bin sehr froh, dass es auf der anderen Seite auch noch ist. Sondern dass nur die Hälfte von den Krams hier nicht das ist, was ich haben wollte. Und dann trotzdem das, was ich haben wollte, noch dabei ist. Das ist auf jeden Fall gut. Was ich euch auch noch zeigen wollte. Es gibt ein neues Socken-Update. Moment. Tada! Ich komme ganz gut voran. Ehrlich gesagt, die meiste Zeit stricke ich ja während den Ladebildschirmen, wenn ich Let's Plays aufnehme. Und halt die Ladebildschirme schneide ich ja immer für euch raus. Und in der Zeit stricke ich und ich bin so weit gekommen. Ja, Sims, was läuft bei euch? Und ja. Sonst, was diese Woche war, vielleicht habt ihr es mitbekommen, YouTube hat die Richtlinien nochmal verändert. Vorher war es ja so, dass YouTuber, die 10.000 Aufrufe haben auf ihrem Kanal, ihre Videos monetarisieren dürfen. Und jetzt wurden die Vorschriften geändert. Und man muss 1.000 Abonnenten haben. Und relativ hohe Zeit auch an Wiedergabezeit. Irgendwas mit 4 vorne. Ich habe vergessen, welche Zahlen es genaues. Verzeihung. Also, ja, auch auf diesem Kanal. In Zukunft wird keine Werbung mehr von den Videos laufen. Ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich dazu stehe, weil ich persönlich habe die Begründung von YouTube nicht so wirklich nachvollziehen können, weil sie irgendwie, ja, gesagt haben, sie wollen die Qualität auf YouTube sichern und so Sachen. Und das finde ich deshalb ein bisschen merkwürdig, weil halt erstens die Videos von den kleinen Kanälen sind ja trotzdem auf YouTube da. Nur eben, wir sind nicht monetarisiert. Und für mich wirkte das auch so ein bisschen, Logan Paul zeigt einen Leichnam in seinem Video und die, keine Ahnung, und YouTube hat irgendwie danach so ein bisschen ein Imageproblem und muss sich dafür irgendwie rechtfertigen, wie das sein kann, dass das Video überhaupt in die Trends, wie das Video es überhaupt in die Trends geschafft hat. Und irgendwie die Werbebetreibenden sind wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen nicht so begeistert davon. Und als nächstes dürfen kleine YouTuber keine Werbung mehr schalten. Was halt, Logan Paul hatte deutlich über 1000 Abonnenten. Also halt so, ja, aber zu Logan Paul braucht man gar nicht kommen als Thema. Also, nee. Was ich daran halt schade finde, wirklich, ist halt nicht so sehr halt wirklich das Geld, was ich verdienen könnte damit, weil es halt nicht viel wäre. Also, um das mal ein bisschen offen zu legen, ich hätte im letzten Monat 1,50 Dollar verdient. Also ist das jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, dieses Geld ist mir so wichtig, einfach weil hätte ich als Hobby Pfandflaschen sammeln, statt YouTube würde ich mehr Geld machen. Also, von daher, das ist es nicht so unbedingt. Aber ich habe schon gemerkt und ich habe das auch schon von anderen YouTubern gehört, dass seit mein Kanal Werbung gezeigt hat, ich schon viel mehr Aufrufe hatte von Leuten, denen ein Video in den Videovorschlägen angezeigt wurde oder die halt irgendwie anders auf meinen Kanal gekommen sind. Und ich meine, es ist ja auch sinnvoll irgendwie, dass YouTube einfach aus einem Geschäftsgedanken her die Sachen mehr zeigt, mit denen YouTube auch selbst Geld verdienen kann. Aber das ist halt eher so das, wo ich sage, ah, das finde ich schade, wenn in nächster Zeit wieder nur sehr selten Leute neu auf den Kanal kommen und all das. Also so, ja, das finde ich nicht katastrophal oder so, aber ich finde es schon schade. Und ich denke halt auch, ich weiß nicht, wie sehr man das als Zuschauer mitbekommt, wenn man selbst kein YouTube macht, weil sehr viele von den Nachrichten bei mir automatisch im Spam-Ordner landen an YouTube, obwohl ich da nichts zu eingestellt habe oder so. Das ist einfach automatisch. Ein sehr großer Anteil von Nachrichten, die ich bekomme auf YouTube sind Nachrichten von anderen YouTubern, die eigentlich wirklich so sind. Ich abonniere deinen Kanal, wenn du mich auch abonnierst. So in die Richtung gehend. Und ich habe das bis jetzt nie wahrgenommen und nie gemacht unbedingt, weil für mich das nicht wirklich lohnend war oder sinnvoll war, weil man hat ja trotzdem nicht jemanden dabei, der sich deswegen, also nicht eine Person mehr, die sich für das interessiert, was man macht, weil es halt offensichtlich nicht Leute sind, die aus einem Interesse für das, was ich hier tue, auf den Kanal gekommen sind, sondern einfach nur, weil sie selbst auch ein Abo haben wollen. Und ich finde es auch verständlich, diesen Wunsch zu haben, aber für mich persönlich wäre es, glaube ich, demotivierender, eine höhere Anzahl von Abonnenten zu haben, aber dafür sehr wenig Interesse für meine Videos, also dass die einfach kaum geschaut werden, als halt weniger Abonnenten und dafür halt Abonnenten, die halt auch sich das anschauen, was ich mache und Kommentare dalassen und all das. Also habe ich das früher nie gemacht. Ich werde es auch in Zukunft nicht machen. Aber ich denke halt, dass das gerade unter kleinen YouTubern jetzt umso mehr zunehmen wird und auch vielleicht Clickbait unter kleinen YouTubern nochmal zunehmen wird, weil eben so diese Hürde so riesig ist, 1000 Abonnenten zu erreichen. Und es kommt natürlich darauf an, was man macht. Und ich denke, es gibt auch Leute, die zu den 1000 Abonnenten schnell kommen, aber nur mal so, um das mal in Perspektive zu setzen. Diese Website Social Blade, die auch eben YouTube-Statistiken, einmal veröffentlicht, aber auch Zukunftsberechnungen macht mit den Statistiken, da sind bei mir 1000 Abonnenten überhaupt nicht, noch gar nicht dabei als Meilenstein sozusagen an Abonnenten. Also ich glaube, die haben, das Größte, was ich dabei habe, sind glaube ich 850 Abonnenten als Meilenstein und voraussichtlich nach Social Blade erreiche ich das in 5 Jahren. Was für mich jetzt nicht so super das Problem ist, aber einfach mal, um deutlich zu machen, wie weit weg das für viele YouTuber ist, als Hürde das zu erreichen. Von daher, naja. Nichtsdestotrotz, auf dem Kanal geht es natürlich weiter. Für euch verändert sich soweit eigentlich nichts, außer dass keine Werbung kommt. Jedenfalls, das war meine Woche soweit. Ich wurde dem letzten Mal gefragt, ob ich nicht mal ein Q&A machen könnte, also wie so Fragen beantworten und so. Und ich hatte die Nachfrage ein bisschen verwundert, weil normalerweise, der Kanal ist so klein, wenn irgendwer eine Frage hat, ich kann die eigentlich einzeln in den Kommentaren beantworten. Aber wenn ihr gerne eins haben möchtet, also wenn ihr irgendwie Fragen an mich hättet, dann lasst die gerne in den Kommentaren. Dann können wir das machen, wenn ihr wollt. Aber wenn nicht, bin ich auch nicht beleidigt. Das wäre auch nicht schlimm. Dann hoffe ich, ihr hattet eine gute Woche und habt jetzt eine gute nächste Woche. Und ja, ich nehme jetzt mal ein oder zwei Folgen Baby-Challenge auf und Phoebe darf Wäsche waschen. An ihrer Stelle würde ich mich nicht freuen, aber ich freue mich, dass sie muss. Okay, ciao!